Nun stehe ich hier am Messplatz und habe den Anfang der Radveranstaltung aufgenommen, was bei uns stattgefunden ist. Viele Leute sind gekommen, es war wenig Platz und sehr viele Fahrradfahrer, was auch so ein Vorteil ist. Die Bilder sind eigentlich gut geworden, weil man die Presse, also Abteile gemacht hat, wo man reinkommen kann, bevor die Zuschauer kommen. Ich bin zufrieden. Ansonsten habe ich die Webseite ein bisschen aktualisiert, was Design angeht. Die Videos sind jetzt größer geworden. Ich denke mal, dass es dann besser ist zum Anschauen. Und jetzt geht es weiter nach Talsu zu einem Studentenempfang.